So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück. Heute besteht unsere Aufgabe darin, die Map einmal aufzudecken. Naja, nicht komplett aufzudecken, aber ein bisschen was zu bekommen. Wir wollen schauen, was wir finden oder was man so entdecken kann hier auf der Karte. Hallo Raya. Hallo Liz. Hallo. Squirtz. Du hast da was vergessen, jemandem Hallo zu sagen. Hallo eiskaltes Pfötchen. Was? Hallo eiskaltes Händchen. Das geht doch. Entschuldige bitte. So, seid ihr ready? Ja, ich geh schon mal. Ja, ich komm jetzt. Ich laufe hinterher. Ich dann vor. Aber wir dürfen nicht ins Wasser. Na doch. Müssen wir aber. Ja. Nein. Ich hab ein Boot dabei. Was tut mein Pferd? Dein Pferd kannste... Dein Pferd kannste... Nein, das kannst du beim Boot reinmachen, wenn du runter gehst. Das kann man ins Boot machen, das Pferd, ja? Ja. Achso? So, steck mal kurz ab. Ich will aber gucken, ob das geht. Ich lass alles Kattes Händchen hier. Ja, lass mal hier bevor es geht. Äh, wer hat jetzt alles im Boot mit? Ich hab nämlich meins vergessen. Irgendwo. Ich hab eins. Gut. Ein Kattes Händchen bleibt hier. Wer fährt bei mir mit? Ich. Ich fahr selber. Na gut, dann fahr ich bei Tanti mit. Ich fahr bei Tanti. Ach, nee, das ist Fenni. Wolltest du nicht bei Tanti mit? Das bin ich. Ist egal. Tschüss. Ja, fahr Fenni einfach, der. Fenni in Richtung Norden, ja? Äh, warte. Im Dorf. Ja, okay, geradeaus. Und nochmal Screenshots in Sicherheit gemacht. Wovon? Von den Koordinaten und so. Okay. Also von der Richtung, von Norden. Damit ich immer weiß, dass es nach Norden geht. Das einzige, was ich gerade sehe, ist Tantis Hinterkopf. Gut, ne? Hm? Schöner Helm. Hä? Wieso siehst du Tantis Hinterkopf? Oh. Du sitzt hinter Fini. Na. Hä? Vielleicht hat sie F5 gedrückt. Was? Du sitzt hinter Fini. Ich wollte hinter Tanti. Ja, ich sitz doch hinter Tanti. Eigentlich muss da pro Boot eine Aufsichtsperson, ne, Schatz. Ja. Also raus mit dir. Ja. Okay. Soraya, komm her. Wo? Wo sitzt du denn? Spring raus. Geht aber nicht, wenn du mal weiter nach vorne fährst. Tati, komm her. Tati. Und weiter fährt. Tschüss. Mann, das ist so eine dicke Birne. Ja. Sofett. Ja. Schön. Ja. Ist gut. Gut. Gut Reise. Geben so. Habe ich meine Angel mit? Ja. Kann ich ja nehmen bei Angel. Geht nicht. Ich angehle mit. Das geht nicht, weil wir fahren immer weiter und dann. Doch, das geht. Doch, das geht. Spazi. Irgendwann. Das geht Spazi. Aber irgendwann bricht das ab. Ja, irgendwie. Ja, das ist egal, aber es geht. Erstmal, ne. So, jetzt erreichen wir Land und da müssen wir rauf, weil da ist noch Spaß. So, dein Boot? Wie ist das schon erkundet? Ne, das interessiert keinen. Genau. Ich glaube, wir sind im Kreis gefahren. Die möchte jetzt gar keiner werden. Ich glaube, wir sind im Kreis gefahren. Ne, sind wir nicht. Zombie. Guck mal, Soraya, möchtest du Sonnenblumen mitnehmen? Ja. Hier ist ein Sonnenblumenfeld. Sven. Ja. Ne, ist schon gut alles gut. Welche? Pflück mir mal welche. Ne, ich glaube, mein Inventar, dann bin ich voll. Ich, ich kann nicht pflücken, weil sonst ähm... So, ich hab 1,3,4,2,0. Guck. Guck. Das ist großartig. Das ist ein Charibion. Ja, ich sehe schon. Da würde ich mal auch getötet. Da würde ich mal auch getötet. Hab Liga oder Settlinge? Ist jetzt lege mein dich. Ist doch fast das gleiche. Ne, ist es nicht. Gut, das ist ne Höhle bei mir. Oh, ich höre Zombies. Ja, dann kommt doch her, Finn. Wo seid ihr jetzt hin? Ach, da. Ne. Wo seid ihr denn jetzt? Da. Ich hab euch. Boah, sind die hochdicht, die... Mit dem Schwert geht das nicht. Mhm. Ich bin gleich wieder da, im Moment. Mhm. Tanti, guck mal. Hallo. So bei, bau mal den Holz da oben ab. Mhm. Guck mal, ob da noch irgendwo Holz und Baum ist. Halt zum Baum... was ich da nicht auflöst. Nein, das ist... Nein. Kein Holz mehr. Dann guck mal oben rein. Jetzt. Dankeschön. Spiel ist. Lass das mal. Was soll das? Lass dich. Bring das da wieder ran. Fand dich hier. Warte. Hier. Hier. Ja. Kapsatzlinge. Das war hier gut. Wo ich keinen mehr abbauen. Braucht jemand Essen? Nö, noch hab ich was. Ich bin der Kreativ. Mein Wind kommt weiter. Lila, blu. Ach, da hinten seid ihr schon. Wir warten mal. Ich flieg mal dahin. Ja, folgt mir. Ja, ich schuze ja, wo ihr seid. Ja, hoch. Okay. Was soll ich? Was dann? Du mit deinem Hoch, Hoch. Also so unbegabend bin ich denn auch nicht. Aber hier ist ja schlecht, dass ich mal dran vorbeistet habe. Mitten durch. Oho. Kann ich in neues Bett bauen. Ich kann nicht mehr. Warum nicht? Finde ich nicht schießen. Wir schießen nicht. Da war ein Schaf. Ja, lass das doch. Ja, das ist scharf. Da sind es auch nochmal 1000. Können wir irgendwann mal in der Höhle? Ja. Wollen wir eine schöne finden? Ja, ich glaube, das wird witzig. Hier vorne ist die schöne. Ne, jetzt haben wir ja einen anderen Plan. Ich folge mal, Tanti. Oh, hoffentlich ist die Erkältung bald weg. Also komplett weg. Warum läuft die so schnell? Ich so lahmarschig. Weil wir sprinten. Weil wir sprinten. Ja, ich sprinte ja wohl auch. Und ich fliege. Ja gut, das tue ich nicht. Und ich fliege. Ja, das sehe ich. Einfach beim Sprinten leertaste gedrückt halten. Na, dann versuche ich das mal. Und Wasser macht sich das doof. Ich sag, ich gehe morgen zur Schule mit dem Lachkrampf. Und warum? Und warten. Wo seid ihr denn? Ich habe euch verloren. Ich weiß nicht mehr. Nein, seid ihr. Warte, ich fliege hin. Hier. Ja, jetzt kannst du mich abholen. Oh. Hier. Leertaste gedrückt halten. Jo, ich versuche es. Na komm. Tanti einfach so. Ah, jetzt habe ich es raus. Jetzt, jetzt, jetzt. Tanti wird es raus. Ne, ich. Du bleib mal bei Fini, der kommt gleich wieder. Wo sind die Freunde? Nein, so rein. Keine Ahnung. Achso. Wo ist der? Na, der steht da hinten. Ach, da. Könnt ihr mal warten? Na, du sollst zeigen, wo wir sie lang gehen. Genau, weil du fliegen kannst. Irgendwie nicht. Doch, ihr könntet fliegen. Na, ich möchte ja nicht im Kreativ gehen. Ach, da. Komm mit. Folg mir. Achtung. Ah, ich sehe es auf der Map. Also kommst du dir her, ja? Ja. Hä, wo seid ihr? Ich sehe es auf der Map. Ach, da hinten. So, ich fette mir ein paar Kürbis mitnehmen. Kürbis habe ich nicht. Ich sehe beide. Schön, dass ihr alle beide Augen im Kopf habt. Genau. Wunderschön. Hm? Was wolltest du jetzt erkunden? Einfach nur so die Map ein bisschen. Gucken, da fahr. Und was hier nicht so. Also Schnee, Quatsch, Schneedorf habe ich. Ich brauche nur ein Wüstendorf. Können wir mal in eine Höhle? Nein, nicht in die Schlacht fallen. Bist du dich doch gefallen? Nein, aber fast. Schade. Hier ist eine schöne Höhle. Ja, mit Besichtigung. Könnt ihr mal kurz machen, sonst komme ich nie hinterher. Ja, wir warten. Ich hole mal kurz schon mal. Ich hole schon mal Fackeln. Wollt ihr denn in eine Höhle oder was? Ja. Ja. Ach, der nicht. Achtung. Creeper, Skelett. Sorry, wir haben Höhlen dabei, äh, Fackeln dabei, das reicht, oder? Ähm, dahinten, da hinten, Achtung, da ist Lava. Wo ist Lava? Da, warte, hier. Ach so, ja, die tut ja nix. Und, und zehn Sekunden später? Sollen wir, ähm, das Erd zu sehen, glaube ich? Gaming hat versucht, in Lava zu schwimmen. Mhm. Steht, steht da gar nicht. Noch nicht. Ja, aber sie... Ja, noch nicht. Kupfer auch, was? Ja. Nee, Kupfer ist nicht so wichtig, davon habe ich genug. Da ist ein Leucht-Oktopus. Ich finde es ja auch ein bisschen kompliziert geworden, die Lederrissung zu machen, ne? Ja. Da ist ein Leucht-Oktopus. Für mich auch. Für dich auch? Ja. Also, Tanti werde ich immer wieder finden, weil die leuchtet. Gut, ne? Hm? Ich mache immer ein paar Fackeln. Ich habe keinen Optifine. Deswegen. Sind wir jetzt schon... Seid ihr schon in der Höhle, oder was? Ja. Ja. Achso, ich bin noch hier rum. Ich baue mal ein paar Fackeln auf. Ja, mach doch. Ja, stell mal auf. Ich auch. Ich gucke mal, ob keiner kommt. Auch so Diamanten, wenn wir welche finden. Na ja, Erd zu mitnehmen. Kohle auch mit dem, Schatz? Ja, Kohle ist gut. Dann muss ich nicht total... Guck mal nach da unten. Mh, mh, mh. Können wir da bitte hin? Dann muss ich nicht die teure Kuhle von Philly kaufen. Das kostet doch nur 32 Maragd. Oh, ist das geil. Können wir da hin? Oh, ich mache kurz ein Screenshot. Ich bin schon... Ich bin mal kurz aus dem Bild raus. Ich bin unten. Ja, da machen wir auf ihn. Hier ist Gold. Ich habe zwei Screenshots gemacht. Da ist Gold. Hier sind Axelotten. Achso, jetzt hat er gesprungen. Oha. In der Luft geht. Der Kabel da angeflogen. Hier sind Axelotten. So, dann suchen wir uns mal einen Weg runter. Wir sind runtergesprungen. Ja, ihr könnt das ja auch. Ich nicht. Ach, was ist das ja Wasser, ne? Ja, das ist ja richtig Trist, ja. Nein, natürlich nicht. Hier ist ein Axelotten. Ja, so war ja. Können wir öfters so was machen? Können wir öfters mal Höhen besichtigen? Ja, können wir machen. Da haben wir ja noch eine gute Zeit, ne? Da finden wir immer was Schönes. So wie ich jetzt den Axelotten. Äh, ich habe hier irgendwas Blaues gefunden. Ja, das Lapis ist das. Braucht ihr das? Nö, erstmal nicht. Okay. Ja, wo sind die Lottis? Warte, komm mit. Komm mit. Den wollte ich hier. Hier, da. Ich wollte mal in's schnappen. Das kann man mal hören. Ja. Lass den schön in Ruhe. Das ist so ein Schick, Biomü, ne? Trenn. Lass die Füße, trenn. Ich bin die ganzen Wimmern, Bruchsteinzweig, bitte. Du musst brennen. Oh mein Gott, ich bin der Eimer. Ich gehe mal auf die Suche nach Diamanten. Ach, da sind sie, erzähl ich so auch hier, die Lottis. Wie kriege ich die eingefangen, da brauche ich einen Eimer, ne? Wasser, Eimer. Ja. Ja, hab ich keinen Lottis, oder? Ich hab den Ofen gegeben. Nö. Geh mal zwei, bitte. Lass doch mal die Aktion Lottis in Ruhe. Also das unterstütze ich ja mal nicht. Lass du ne Spitzhacke ohne Behutsamkeit? Ja. Ich hab einen mehr. Und Krono? Rennen. Du musst rennen. Ja, hier. Du musst rennen. Die wollen dich fangen. Ich hab ein großes Tropfblatt aufgesammelt. Was ist das? Ist das auch neu? Ja, schon länger neu. Ja. Ungefähr seit dem letzten Jahr. Hier, finde ich. Aha, danke, Soraya. Wenn ich mit Sacka? Ja. Ihr könnt schön vergessen. Ihr lasst den Axel Lotte in Ruhe. Den nehmen sie doch bloß mit. Wer bekommt hier die ganze Zeit? Ähm. Die heißt das nochmal? Ja, Nachrichten. Machst du den Ofen mit? Achso, ne, den Ofen ja noch. Hä, wo ist der denn hin? Leuchtbären hab ich, ne, genau. Leuchtbären hab ich, okay. Wo ich denke hin jetzt? Ach, da. Ach, da. Ja. Achso, ich hab was noch hier. Die Leuchtbären kann man ja auch einfach vermehren, ne? Ja, ich hab das süßes Tier hier immer. Ein Axel Lotte ist jetzt meiner. Der Axel Lotte ist jetzt meiner. Ich will auch. Aber du bist doch eben kreativ. Du kannst sie doch spawnen, oder nicht? Ja, zur Reihe auch. Zur Reihe auch, genau. Du brauchst die doch nicht mitnehmen. Ich fahr das ja für dich. Achso, das ist nett. Wollen wir jetzt weiter? Ja. Ja. Hier runter? Ich hab kurz was geguckt. Okay. Wollen wir mal gucken auf die Karte, wo Lava ist? Ja, hab ich schon mal gesehen. Also, hier ist so... Ist da viel Lava, oder was? Also, bis jetzt ist hier gar nichts. Aber auf der Karte sehe ich richtig viel. Ja, ist aber andere Richtung, Finny. Digga, einfach den Facken doch. Genau. Einfach zur Reihe an der Herzen. Erd und Herzen mitnehmen, Finny. Jo, bis Eidol. Willst du? Oh. Und hier ist auch Gold. Da kommen Zombie mit Boxhandschuhen. Ich hab dir doch gesagt, Achtung. Weiter hier kommt das Letzte. Finny, hast du noch was zu essen mit? Oder hat einer von euch noch was zu essen mit? Warte, ich? Wo bist du? Meins habe ich schon aufgefuttert. Hier. Ja, das ist ja nix neu, mein Schatz. Genau. Du weißt ja, wie dort möchtest du auf den Auto reisen. Es ist schneller leer, als wir da sind. Was? Woher kenne ich das wohl? Was denn? Da oben ist nichts mehr. Doch. Was? Wo seid ihr noch? Da unten, oder? Da unten, oder? Ja, wir sind noch unten. Achtung hier. Achtung hier, das ist auch immer gut. Finde ich auch gut. Achtung hier. Wir folgen. Hier lang? Das ist überall zu. Das ist überall Sackgasse, ne? Hinter die. Dann wollen wir uns halt irgendwo lang. Ja, genau, da wollte ich hoch, so war ja. Wo willst du hin? Hier oben. Ich hab hier noch was gefunden. Obwohl wir da oben eigentlich sind. Oh, da waren wir in Kübra. Ja. Ich wollte gucken, was hier oben ist noch. Hier ist auch noch. Da wo ich bin, ist auch noch was. Aber... Wir können uns doch einfach wo reinbuddeln. Wir können uns doch einfach reinbuddeln. Ja, warte, wir wollen uns hier lang. Warte mal. So reinbuddest du? Wo? Ja, geradeaus. Einfach geradeaus. Ihr müsst Fackeln setzen, ne? Ja, warte mal auf Sven, du. Ich hab den Fahnen verloren. Ich weiß nicht, wo ich jetzt... Ach, hier hoch. Hier. Hier. Nein, hinter dir. Hinter mir? Hier. Hier, rechts. Hier, rechts. Ach, da. Okay, Bauch. Bis jetzt Fackeln. Bis jetzt Fackeln. Hier, Schatze. So, warte mal. Achtung! So, ich hab's gefunden. So, ich hab's nicht zu schreien. Achtung! Warum Achtung? Ja, weil da gleich was kommt. Achso. Dann wartet mal kurz. Ich muss mal kurz eine kleine Pause machen. So, ich hab's mal kurz eine kleine Pause machen.